Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen fliegen. Wer sind sie? Mein Name ist der Wit. Ich soll dich hier rausholen. Willst du mein Lamm rauben? Wie gefährlich kann ein Mädchen sein? Dass das Mädchen die Flamme ist, die die Welt in Flammen wird. Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Ich kann dich hier rausbringen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist rum und dein Pfad gewunden. Denn wir werden Comstock finden. Ich werde ihn stoppen. Das führt zu Blutvergießen. Comstock! Sag, was ihr vorhabt! Geh! Geh zurück in das Sohdom aus dem Du kannst! Elizabeth! Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Hey! Hey! Ich spiel nicht mehr mit! Hört ihr? Ich steig aus! Bukka, hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Ich spiel nicht mehr mit! Du bist man schie address! Ich spiel nicht mehr mit!